da wäre ein bisschen einfacher vorgestellt aber wieder acht leben irgendwie so verballert irgendwie so hat er ist voll die finger abkrobatik was ich machen muss er nicht und nicht drauf mann wird es voll einfach machen ich komme immer ein war man das gibt es doch nicht ich kann ein mann so lange so oft im unterfall so du bist wie ich ja nein wasser doof wir mal zu ende seine war ich habe schon gleich 20 level leben hier verbaten da gibt es doch einfach nicht weil ich jedes mal hier hat den runterfall so lass mich hier durch verdammt nochmal da ist auch ein checkpoint meine güte vorbei ist der letzte part den ich heute auflege weil danke ja 22 prozent komplett sauer er sagt hier kann ich jetzt aber wieder speichern er hat heißt diese level muss dann irgendwann nochmal machen oder ich glaube schon verdammt ich will aber nicht noch mal machen sich so aus naja 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 ich soll es noch mal machen bohler der schmacht mal da war was ganz schlimm ist passieren aber so eine level lustig also ich erreiche ein save point nach dieser level freuen wenn ich die nicht noch mal machen muss okay anscheinend nicht da gibt es auch keine bohse das habe ich noch ein bisschen einfacher als ich bis jetzt ich habe ich so blinde sprünge besser als irgendwie welche dich sehen kann noch nie sofort gerannt ist das ist aber schab ich wieder an das ist ähm bei einem unglaublich guten run oder so lassen wir da mal So, hap, zack, 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 zack. Vielleicht mache ich auch die erste Level dann nochmal, um irgendwie so ein, nein, ich hatte es beinahe geschafft, alle Sachen hier zu sammeln und so ein Bonus-Ding zu kriegen und was weiß ich. Und dann kommt das Ding auf einmal hier so, nein, das hätt's wohl gern, ne. Mann, jetzt verrück ich wahrscheinlich die ganze Zeit, ne, jetzt lief jetzt die ganze Zeit so gut. Jetzt kann ich ja nur noch verrücken. Ne, okay. Das war knapp. Ah, ha, ha. Natürlich passt der perfekt da durch, der verdammte Ball. Mein Gott, und da war es hier, leck mich. Ich hatte alles, ich hätte alles haben können. Moneten, die Frauen, Ruhm. Sunset Vista, ich nehme jetzt einen ganzen Batzen auf, ey. Ich soll eine ganze Stunde aufnehmen, ja, eine ganze Stunde. Boah, das klingt doch geil, ey. Ja, vielleicht nicht. Ah, geh. Oh, nein. Pff, fängt geil an. Eine Minute in der Level drin und schon direkt wieder tot. Egal. Ey, wie lange ist denn das Ding noch da? Nein. Wieso ist das passiert, Mann? So, jetzt aber. Na, 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 na. Geh aus, danke. Uh. Ha, und die Dinger auch wieder. So, Aquaku, die brauche ich mal kurz. Ha, ich bin da. Oh, neben. Ich bin da durchgegangen. Mann hat mich nicht gesehen. Und da hat man mich wieder gesehen. Und dann hatte ich einen Aquaku. Das ist das, was passiert ist, ja. Ey. Wie weit? Oh, ich hatte kein Checkpoint. Stimmt. Hast du gut aufgepasst, Spiel? Du hattest beinahe wieder vergessen. Dann werde ich jetzt beinahe auch schon wieder unterfallen, ne? Dum 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 dum. Oh, leider. Ich hänge ich irre. Die Antwort ist, ja. Ja, bist du. Ich verstehe halt nicht, warum ich so ein verdammtes Ding irgendwie so fünf Kilometer weit weg schläge, ey. Wir warten. Nein! Alter! Was ist das für Kung Fu Exen, ey? Ich komme nebenbei. Du darfst nicht vorbei. Das ist super frisch. Dreck. Nein, nicht die Wumpa-Früchte. Gibt es diese Früchte eigentlich nicht? Also, weiß ich nicht. Gibt es solche Wumpa-Früchte? Weiß auch nicht, man lernt ja nie dazu. Werde ich als Google, obwohl ich jetzt wahrscheinlich alles vergessen werde, ne? So. Mr. Exe. Mr. Exe 2. Ich bin schon wieder beinahe getürtet von unwichtigen Nebencharaktern. Man könnte meinen, wir dürften die Leben nicht so schnell ausgehen, aber irgendwie will das nicht so. Oh, Gott. Ich bin nicht möglich, irgendwie einfache Jump'n'Run-Sachen hier zu machen, ne? Das will nicht. Nein. Es will nicht. Will es nicht. Nein. Es möchte es nicht. Was will ich da überhaupt? Kann man da rein? Was? Da war's. Nein. Nein. Pff. Wahrscheinlich war halt ein Leben und da war jetzt vollkommen sinnlos, weil ich sowas leben, irgendwie nicht gewinne. Da habt ihr gesehen, wie ich gerutscht bin schon wieder. Das ist unfassbar. Ja. Das ist ein Checkpoint. Bin ich eigentlich irre. Ah, Aquacruister. Okay, da könnten wir noch hilfreich sein. Okay. Ey, die Flermäuse, die tun ich so oft aus dem Konzept bringen, ey. Entschuldigung. Die sind so viel Nerven. Na, der Rhythmus, der kommt aber auch nicht hin. Obwohl, eigentlich schon. Nein. Ich muss schon sagen, wenn du hier runtergesprungen kommst, ne? Aber wer will mich die ganze Tierwelt eigentlich tot sehen, ey. Die können doch nicht alle hier für Cortex arbeiten. Au! Ey. Wie unhöflich. So, da habe ich mich gekratzt. Das muss ich unbedingt sagen. Ich möchte nicht, dass ihr euch wundert, warum ich mich eine Sekunde lang nicht bewegt habe. Und das war verdammt knack. Okay. So, gucken wir uns das mal an. Au. So. Was wird euch? Zack. Wie? Checkpoint. Sehr gut. Du darfst solche Dinger bitte nicht direkt über offenes Feuer hier nachbauen, ey. Das ist voll der architektische, weiß ich nicht. Ha! 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 Hilfe! Ach, ich soll da drauf. Genau. Die sind wahrscheinlich kochend heiße Dinger, aber... Ja, ne? Sehr gut. Ich schaffe es so perfekt, ganz nach unten wieder zu landen. Boah. Ich... ...tue halt auch ein bisschen auf das Alter von dem Spiel hier schieben, dass es so schwer ist. Habe ich so das Gefühl. Weil neuere Spiele sind nicht mehr so schwer. Der ist mir nicht mehr sicher. Boah, ne? Was? Jetzt kommt erst das Erste? Wie lange ist denn die Level? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Holy shit. Oh nein. Äh, ja. Warum versucht die ganze Welt mich zu töten? Was soll er eigentlich? Soll er die Fallen her? Ja. Wo have you? Wo? Wobei. 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 Woทำ.